Herzlich Willkommen in der Hotellerie Weinsberg. Ah, unsere Ehrengäste. Die beste Suite am Platz. Frisch renoviert. Unsere Weinsberg Carasuite. Komfortabler Straßenkreuzer unter 3,5 Tonnen, bis zu sechs Schlafplätze dank serienmäßigem Hubbett. Deine Suite für Familie, Freunde, einfach alle, die mitfahren wollen. Das ist der Carasuite. Ein echtes Weinsberg Wohnmobil. Aufgefrischt mit vielen neuen Details sowohl außen als auch innen. Ich darf bitten. Bei drei Grundrissen mit französischen Quer- oder Einzelbetten ist für jeden was dabei. Heute checken wir im 650 MG ein. Tolles Ambiente, einzigartiges Raumgefühl. 2,15 Meter Stehhöhe und 2,18 Meter Innenraumbreite schaffen Platz zum freien Entfalten. Selbst unter dem Hubbett habe ich mit 1,80 noch durchaus Luft nach oben. Und am Abend ist es schnell hervorgezaubert. Das ist Komfort zum Hinunterlassen. 5 Sterne Liegekomfort. Mit vollwertigem Lattenroß, bequemer Evopore HRC Matratze und beidseitigen Sicherheitsnetzen als Rausfallschutz. Mit 60 Zentimetern Höhe hier im ersten Stock hat man genug Platz zum Schlafen und zum Sitzen. Mit den praktischen Touch-LED-Spots und den Ablagen komfortabel und clever. Darunter im Erdgeschoss bietet die Dinette zwei weitere Schlafplätze. Fix umgebaut das Restaurant und Relax-Bereich in einem. Hier lässt sich's gemütlich logieren. Sind die Captain Chairs mit eingedreht, haben wir sechs komfortable Sitzplätze. Durch die praktische Tischerweiterung hier haben alle direkten Zugang zum Dinettentisch. Und mit der Voll-LED-Beleuchtung rücken wir alles ins rechte Licht. Clevere Stauräume dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Kombiniert mit komfortablen Details gibt es nur dich und deinen Urlaub. Deine Suite macht den Rest. Gemeinsam kochen à la carte, aber selbstverständlich. Willkommen in der Piazza de Cara Suite. Hier in der vis-à-vis Koch-Oase mit gegenüberliegendem Kühlschrank und Küchenblock wird Kochen zum Gesellschaftserlebnis. Auf der einen Seite mit stylischem Stauschrank, Dreiflammkocher und geräumigen Schubladen mit rollengelagerten Vollauszügen. Und riesigen 133-Liter-Kühlschrank auf der anderen Seite. Fehlt eigentlich nur noch der Zimmerservice. Dank AES wählt euer Kühlschrank außerdem die beste Energiequelle automatisch. Egal ob 12 Volt, Gas oder Landstrom. Ihr seid immer bestens versorgt. Wo wir gerade bei Versorgung sind. Mit dem Weinsberg LED-Panel habt ihr alle Versorgungsstände jederzeit im Blick. Strom- und Wasserversorgung einfach heißt bei uns Easy Travel Box und vereint alle Anschlüsse und Ventile hinter einer praktischen Klappe. Gegenüber haben wir außerdem nochmal 2x11 kg Gas mit an Bord. Die Heckgarage direkt daneben ist für Gäste unserer Suite natürlich kostenlos. Genügend Parkfläche für Fahrrad und Gepäck sind vorhanden. Extra sicher dank doppelter Verriegelung. Also alles gut geschützt. Für den Schutz von oben sorgt unser High Strengths GFK Dach in Serie. Hier vorne die neue Hutze ist jetzt aus LFI-Material und damit nochmal leichter, robuster und witterungsbeständiger als zuvor. Optisch fügt sie sich nahtlos in den rundherum charakteristischen Weinsberg-Look ein. Klare Linien kombiniert mit hochwertiger Produktgrafen. Hinten jetzt auch mit unserem Markengesicht. Der Heckleuchtenträger mit Voll-LED-Leuchten. Oh, Moment. Innen haben wir ja noch einen zweiten Raum, den wir bisher noch gar nicht besichtigt haben. Bitteschön. Im 650 MG und 700 ME wird die Badtüre einfach zum Raumtrenner. Dahinter erwartet alle Eltern ihre Wohlfühloase. Bad- und Bettkombination gehen Hand in Hand, um eine optimale Raumnutzung zu gewährleisten. Hier im 650 MG haben wir ein großzügiges Raumbad geschaffen. Mit geräumigem Duschbereich auf der einen, sowie Toilette und Waschtisch auf der anderen Seite. Natürlich gespickt mit vielen Stauraumen und Ablagen, sodass auch zu sechst alles seinen Platz findet. Über die praktische Drittstufe kommt ihr in euer großzügiges Querbett. Mit 2,10 m in der Länge und 1,35 m Breite hier am Kopfende. Die praktischen umlaufenden Ablagen und die wohlig warme Ambientebeleuchtung runden eure Suite ab. Ein vollwertiger Lattenrost und die bequeme Evopore HRC Matratze fehlen natürlich auch hier nicht. Mit genialer Raumhöhe und praktischem Hubbett. Jede Menge Platz für großartige Urlaubserlebnisse. Das ist eure Weinsberg Cara Suite. Ach so? Ihr braucht gar kein Hubbett? Dann klickt auf unseren Test vom Weinsberg Cara Loft, unserem teilintegrierten mit der größten Zuladung. Und für alle die schon unterwegs sind, wir sehen uns auf dem Campingplatz. Hüsaus. Und dann sehen wir euch an den Sait-Garn. D